In der Watt begrüßen wir Isabel Hildrack, der Vereinbarkeit und Verwaltung von Latt. Sie ist hier mit dem 424 Espresso. Katrin Heiner haben wir nicht los. Rein mit der Wäuse. Wir sind in der Watt. Wir sind der Nächste. Es ist erster nach der Pause, Horst. Ja, die haben die Pause weiter hinterverlegt. Ah, wieder an die Liste. Wieder eine Stunde vorgeholt. Ich wollte mir einen Frisurreiter nicht machen. Ich meine, du kommst ja nicht. Du hast ja eh noch genug Pause dazwischen, also reit einfach. Die Bewertung für dieses Paar bin ich eine 7,2. Die Bewertung für dieses Paar bin ich eine 7,2.